Hallo meine Freunde, hier bin ich again, nochmal. Dieses Mal machen wir unser drittes Video. Und heute habe ich bei mir Michael Marquardt. Michi, wo sind wir jetzt? Wir sind hier... Das ist Rügen. Genau, in Binz auf Rügen. Und heute will ich mit dir spielen. Aber was kannst du von deiner Maschine sagen? Ich habe heute mal was Kleines mitgebracht. Das ist mein Sackharren-Schlachtzeug. Ist das ein Baby? Ja, es ist mein kleines Baby. Ich habe noch das große grüne Baby, aber diesmal habe ich das kleine mitgebracht. Ich habe irgendwann diese Sackharre nochmal im Keller gefunden. Und ich habe gedacht, bevor ich es wegschmeiße, und da ich ja gerne ein bisschen bastel, machst du was schönes draus. Und du hast alles selber gemacht? Ja. Mann, wie kreativ. Also, willst du mit mir spielen? Klar. Heute will ich auf Spanisch singen. Ein Song aus Puerto Rico. Soy feliz. Okay. Fangen wir mal an. Das ist mein Sonntes. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017